Okay, ich hab dich nicht aufgenommen. Lass dich? Brauchten wir hier nicht eigentlich noch Nägel? Oh, das wäre vielleicht hilfreich. Ja. Haben wir hier nur Nägel dann? Experimentierkasten? Ja, die Hammer. Die sind dabei im Keller. Soll ich das hier holen? Nehmen wir. Wir machen da was. Batsch. Ja, äh, es nimmt doch schon links auf. Und? Ah. Etwas, was mit Vorsicht zu genießen ist. So, das nennt sich eine Elektrolyse. Sehr, sehr schön. Und du hast das lernen, was du für Schulter danach macht. Und den veranschst. Aha, verstehe. Das empfinde ich schon mal als wahrlich interessant. Ich hätte ja gesagt, dass du das erst mal. Was, was ich mir auch nicht mag, weil ich jetzt? Was ich befehle, dass du den Sohn wahrbringst, dass du diese kommst. Okay, wo ist, ähm, jetzt brauchst du nur noch, ja. So, was, wie machen wir, was machen wir jetzt? Ich hab' nen Zieselschritten. Wie lol? Sieht so lol aus. Wie einfach mal Chlor, was hier produziert wird. Ich krieg' keine Luft. Also, ich kann atmen. Ganz normal. Das ist schon so lol. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, das ist, das ist auch wirklich interessant. So, bist du fertig? Ich vermute mal, obwohl, das reicht schon. Da ist nur noch umrühren. Riecht schon leicht nach Chlor. Sollte es aber nur chemisch riechen. Du solltest chemisch riechen, verdammt. Ja, ich hab gesagt, du solltest chemisch riechen. Ich weiß nicht, wie es geht. Indem du einfach deine Hand an nimmst und zu deiner Nase schwenkst. Damit dir hoch in deine Nase geht. Was ist hier noch umrühren? Was machst du? Hey, guck mal. Das ist blau. Oder grün? Nee, blau. Blau, blau, blau. Das ist blau. Ich fühl mich nicht sehr gut. Da hat sie noch eines Zettel gelöst. So. So. Passiert was? Passiert was? Passiert was? Du genau hin. Warum ziehst du das nicht? Wir haben nicht intensiv genug umgerührt. Irgendwas muss doch falsch gemacht worden sein. Da. Da ist was passiert. Es ist was passiert. Es ist definitiv was passiert. Wir haben blitz. Wir haben es blitzen lassen. Ja, auf jeden Fall. Ja, vielleicht weil du auch so alt bist. Und zwar so. Wir haben nichts mehr. Ich bin mal sicher. Ja, er ist wirklich besser. Und wir haben ja nur noch was. Und wir haben ja noch mal, dasselbe. Wir haben ja noch mal. Dann. Und wir haben ja noch was. Das ist das super. Der Fisch.